Bei uns im Team steht an erster Stelle Zusammenhalt. Wenn bei uns irgendwer eine Frage hat, wer nicht weiterkommt, sitzen wir uns gerne zusammen, machen sogenanntes Pair-Programming, sprich zwei Programmierer arbeiten gemeinsam an einem Rechner und lösen ein Problem gemeinsam. Meine Führungskraft hat ein enormes Fachwissen und schafft es auch eine entsprechende Lernatmosphäre zu schaffen. Man ist nie überwältigt von dem Fachwissen, das man jetzt auch haben sollte, sondern bringt es irgendwie so rüber, dass man das auch über den Lauf der Zeit aufnimmt und dann auch selbst anwenden kann. Die Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen läuft sehr gut. Jeder ist bemüht, dass er eine gute Lösung findet und dass wir kundenorientiert arbeiten können. Der Spaß ist bei uns an oberster Stelle auch. Wir reden miteinander ganz normal, wie sich hier in einer Familie unterhalten wird. Wenn einem etwas nicht passt, wird es auf den Tisch gekaut und wenn es passt, dann feiern wir das auch anständig. Und das ist super lässig, in unserem Team zu arbeiten. Wir hatten ein Sommerfest. Das war sehr, sehr lustig. Und eine Weihnachtsfeier gibt es einmal im Jahr und wir im Team machen auch meistens eine Weihnachtsfeier. Und das trägt immer sehr dazu bei, dass wir halt miteinander, man trifft sich mal privat und man erfährt über die Kollegen etwas. Ich muss sagen, ich komme gerade von einem Teambuilding-Event. Wir machen gerade mit unserem Learningsteam sogenannte Hütten-Gaudi, nenne ich es einmal. Da sind wir drei Tage auf einer Hütte in St. Kuhlemann oben und machen eben Teambuilding, bauen unsere Beratungsstelle auf und schauen einfach, dass wir das Kernteam von den Learninger Bildung stärken. Böden 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 Böden